Willkommen zurück! Let's play! die immer wieder stimmen wie mehr oder weniger ich sag mal so dreißen nach wir schon mal wieder beziehen gegangen wo sie scheiß fort man da verletzt hat und der schnell aus hier weiter ist man ja von mir gewesen klar soweit ist auch in der falle zu schattel sport man kriegt diese auch einfach mal noch einmal Komm 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 Du stärker verfolgt, komm 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 Wunderbar Na Wir hatten jetzt Darf aber nicht sein So was Sprechheit Nur stopp Das fehlt auch noch mal wieder sind Das darf was Auch noch nicht mehr verkehrte gäbe We Sprechheit You Sprechheit Also midnight k Ja Funny Das is well Ich glaube die Wettbewerb war schon für C, aber war doch nicht so, ok, jetzt muss man halt noch mal kennen, guck mal, nicht drumherum. Gut geglockt, ich glaube gebrochen meine ich. Mach die Skidemon ready. Keine Attacke ausführen lassen. Die Statik-Effekte ist natürlich Kamera. Da können wir leider nicht lernen. Ich muss irgendwas lernen, glaube ich. Na du, die Block. Ich bin ja. Komm, Karagelmon, schaff das. Das ist ein Rotes. dafür umso mehr kleiner unnötiger kampf aber okay lässt sich überschreiten ich hab da noch was gebeten, auch bloß 8 Prokmotor hier wer PC wählt aber der ist auch nicht schlecht ich hab immer alles so schön wie ich bin okay, die letzten zwei Ebenen jetzt hier Giga Dramat und dann noch Metallträmer Musik ist das hier geht's auf dem einen Bein kommt es mich nicht an brauchst nicht zu kämpfen wir sollten uns beeilen also ja hat uns gewartet um und nicht zu können aber ich will jetzt hier gehen auf die Apparat kämpfen also los aber ich muss ich kann auch noch einen starken Metallertrag ich hoffe ich gehe und schaue sich das ab eventuell wenn er schon wieder packt aber wie gesagt ich hab den Schuss Metallpfeffer oh komm immer hau den Blutgas und der wird immer auch einfach mal ein bisschen besser ganz schön aber so kann es ruhig weitermachen kurz Hechtpunkt 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 hat auch eine gute gute Taktik meines Erachter mit einfach Gegner getolben und dann und dann ähm sehr schärfere Taktik angreifen das hat aber auch noch kein Damage gemacht ne aha da war ich schneller das passiert jetzt auch hier die die Zeit wie lange das die Scheiß noch anhält die ich dann habe und einmal schafft man noch mit die 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 du wurde auch so auf den Eimer was war das Pferde war zu viel zum Thema Metallattacke Pferde sind immer super ich werde mich immer weg ist es aus dem Auge aus dem Sinn sag doch mal wir gewonnen Kraftschiff dann kriegst du jetzt direkt Weh mal das mal geht's noch wir haben auch noch die Bestimmungen und die Bestimmungen und die Bestimmungen und die Bestimmungen und die Bestimmungen die Bestimmungen sind Offen, Kamm Mal sehen was sagt denn L und MP Dann kriegt das andere die Doppelbiss Und dann geht dazu die Tiger-Mod So muss jetzt der vorletzte Raum eigentlich sein Jo, vorletzter Raum, mit Tiger und gegen Tiger immer Endlich sind wir da Bist du der Anführer? Leider nicht, ich bin mit Feinde Ich kümmer mich später um dich, lass dich durch Ich störe mich nicht vom Fleck, kommst hier nicht durch Ich muss meine Kräfte schonen, den Kampf würde nichts nützen Ich stammt nicht in den Boden So viel zum Thema Kräfte schonen Ich weiß nicht ob ich mich nicht hatte kann, da bin ich mir auch nicht mehr sicher Ich werde mal viel schneller Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ich habe das aber auch nicht zu unterschätzen mit seinem Headstrong Ich bin mit dem 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 Ich muss das Paralyseieren Aber Marschall Findet sich das Bestimmt nicht Ich bin mit dem 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 Okay, das war die Flammenwand Paralyseier ist doch eigentlich mal eine Ich kann das angehen hier Ja klar, Milchspauze wird die andauern Kann das sein Kann das sein Ich werde aber auf Umfeld die Fischer mehr Attacken lernen können Ich nur auf 3 Komm Ich kann das mal voll haben, ne? Wer hat die Säße mitgezogen? Doch Ich habe die Krämer Alles Zwei Schläge Zwei Schläge noch Einen Na Hammer Mach die Konzert Ich kann mich noch nicht einsetzen Ich soll ja Hudelele Ach der Schöpferste Tüchen Dauerbrenner Hm, wo bin ich? Du bist zu dir gekommen Es scheint so Die Schläge sehen wir uns gleich wieder Bis dann Bleib nicht weg Dauerbrenner Da war doch Wieso? Okay Schauen wir uns das mal an Achtung, hier gibt es noch den Abwehr Schiff Kschiff Offen Dauerbrenner Woh 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 Schalz, die hier. Ok, 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 ok. So, dann. Es geht einfach mal weiter. Back to mine, Schalz. So. Hm? Da ist es, ich hab's gefunden. Du bist der Chef? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin analog, Marc. Ich weiß viel über dich, aber du, aber du, ein Kind, aber du, ein Kind bist du. Wenn ein Kind meine Fähne durchkreuzt hat, beinahe wäre ich Herrscher über die Netzwerke geworden. Du bist erwachsen. Hör auf, du tust allen weh. Mir doch egal, ob ich Digimon verletze. Digimon, sollten wir Menschen wie Sklaven überherschen. Das stimmt nicht immer noch am Herzen, wenn sie denken, wir sind ihre Freunde. Wir kämpfen wie jetzt die Sklaven oder Freunde besser. Wir kämpfen wie jetzt die Sklaven oder Freunde besser. Du bist kein Maschinen daran. Und? Und? Ich mach das Video, ich hab ihn abschneiden jetzt. Ich denke, das ist ein guter Geil. aber wird einiger alles drauf gehen oh, da kommt auch ein Oronstein so, ich hab das nicht aufgelistet so, ich hab das nicht aufgelistet so, ich hab das nicht aufgelistet wow, das heißt, wenn ich die Kieler abkriege ich muss nicht aufgelistet werden, wenn ich die Kieler abkriege hier, Daurang macht viel mehr Damage ich hab die Kategorie ausgeführt, so scheiße und dann schafft mein Haltesreich ich glaub die auch nicht das kriegen können, ich spürt, ne die Kieler abkriegen dann paralleliere es und dann frag ich, man sieht gar nicht so fresh aus so, ich muss immer schon ablocken also noch mal aufgelistet mit die Kieler abkriegen die Kieler abkriegen die Kieler eventuell die Kieler erneut die Kieler abkriegen und dann Ich weiß nicht, ob das geht eigentlich nicht. Schön, achten los. Aber trotzdem lange, ich weiß nicht, dass man in der Fall ist. Ich meinte, irgendwann mal hinkriegen wurde, also. Oh, yes. Ich weiß nicht, dass der Feuerbahn zu werden. Ach, das ist nochmal zu schön. Das ist nochmal zu. Geschafft. Yes! Yes! Nein! Mein Mächtes ist das Glare! Schau, du hattest Unrecht! Unglaublich! Wenn du die Insel allein verlässt und unverzeihend bist, ist es gut. Dann kann die man nicht counten. Ich erledige es selbst. Was hast du vor? Ich werde die Insel ersprechen und auf eine andere Welt fliegen. Nein! Ihr werdet alle erledigt. Es tut mir leid, ich kann nichts tun. Schon gut. Was? Das funktioniert nicht. Warum? Was stimmt hier nicht? Ich höre Stimmen, aber... Ich schicke euch gleich unsere Energie rüber. Könnt ihr uns hören? Wir haben es geschafft! Du! Nein! Hilfe! Hilf mir! Aaaaah! Er ist weg! Was ist passiert? Das weiß ich nicht. Chichimon! Ah, es wird in die Luft gehen! Tu was! Es müsste schon da sein! Schertermon! Kommt schnell! Geil! Schertermon! 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 Analog Mann ist tot! Friede fehlt auf der Pfeilinsel ein! Und? Weiß ich nicht! Abschied naht! Ich würde gerne hier bleiben, aber Mutter macht sich Sorgen! Danke Daniel! Wir können dir nicht genug danken! Vergiss uns nicht! Wir sehen uns! Bonus! Das weiß ich genau! Es war toll bei euch! Danke! Wir sollten ein Abschiedsfeuer ausrichten! Spieße ich schon ja! Wunderwärsche! Armand! War unser Abenteuer nicht im Werben? Geht doch wohl alle so! Ja, das ist ein kleiner Soundpack noch zu können! Ja, das war die man dort vorerst! Wir werden das ganze nachher komplexe einbringende Preis! Wir werden die Gitarre noch holen und noch in die tiefen Dimension gehen! Und bis damit sagen, sehen wir uns dann morgen zur letzten Folge von Dingmann Wirt wieder! Bis dahin! Ciao! Bis dahin! 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 Po, da indoor compelsunky! Bis dahin! Dicken Druck. B MR. Amごитеeedological Hina essence, O使 positively das hier overbast! I'm home. Mom!